So Leute willkommen zu AdventureCraft und mal schauen wie weit wir heute kommen jetzt mal wieder was mampfen hier viel habe ich ja wieder nicht zu essen das kann nicht sein dass man essen jedes mal ah enthanger ok kann ich da jetzt was essen warte mal wir testen mal auf zwei ok immortal ah das ist wenn ich abhauen muss dann bin ich immortal für die zeit aber mein hunger der wird wieder weniger toll ansonsten was die pipe immer mal da aus metall die erste waffe aus metall so ich sehe aber wir haben keine verdammten äxte mehr wo ist denn hier stone wooden axe wo ist das ding alter hier und natürlich habe ich alle sachen wieder in die kiste gepackt bin ich so wohl oder so ok dann nimmt das ding mal hier so hab ich jetzt äh ne noch eins komm eins zwei ah jetzt fehlt da unten alles ähm hier mach mal ein paar hier komm so ähm nochmal so drei stück habe ich jetzt gemacht gut ok leute oh ich sehe gerade das portal oben verliert an an energie warum auch immer warum auch immer kann sein dass jedes mal wenn einer rauskommt dass das portal dann langsam die ewigen abgründe verschwindet so ok ich denke mal ich gehe jetzt mal hier hier entlang ähm jetzt mal was zum hamfen besorgen alter am besten bücher ja blaubeer bücher die äpfel bringen gar nicht so viel ähm energie aber hier ist ja noch ein busch gut mein hund wo ist mein hund immer noch außer gefecht oder ist der schon weg ne der müsste noch hier sein Brot müssen wir noch backen ja oh der hat mir diesmal gar keine blaubeer gegeben ja klar ein huhn greift mich an ist klar alter äh geil die legt auch Hühner äh Eier oh oh abhauen abhauen ja dann brauchen wir das richtiges timing und meine achse ist gleich kaputt hurra oh meine rüstung ist auch kaputt oh junge alter ja lass mal einfach das Spiel gegen die Bienen kämpfen auch wieder lustig alter oh hier ist eine Fee wieder ey geil hallo am helllichen Tag ich dachte ich hab so nachts ich hab schon fast an der Hütz hier bleibt gemacht ne 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 Alter, leck mich jetzt, komm. Alter, ihr lästige Bienen, Alter. Zicht ab. Mein armer Hund, Alter, wird immer gestochen, ey, die Sau. Hier ist noch eine Biene. Ah, scheiße, kaputt, Alter. Ich geh mal hier ein bisschen weiter weg, Alter. Das herfische ist wieder. Na, wenn Biene immer angefangen haben, dann geht's ab. So, haben wir es jetzt? Das baue ich. Reicht, Junge, komm. Alter, das gibt's nicht. Die Waffen oder die Werkzeuge gehen so schnell in den Arsch. So, okay. Nochmal Swap. Hab ich noch Rüstung? Ja, hab ich noch. Achso, hab ich eh. So. Ist zwar alles kaputt, aber die Weste noch. Und Hosen hab ich keine. Gut. Ich befinde mich hier noch im Gebiet. Also, da waren wir schon. Aber, guck mal, was jetzt noch kommt. Ein paar Blaubilden wären noch nicht schlecht hier. Ich brauch noch ein paar mehr. Alles sehr ruhig jetzt zur Zeit. Okay, jetzt kommt wieder ein neues Gebiet. Da ist irgendjemand. Keine Ahnung. Da besteckt sich doch jemand drin, oder? Ich hab da grad was gesehen. Oder war das eine Biene? Ja, ich hab da. Nein, ich kann eigentlich dann lieber die ausnehmen. Warte mal. Oh, ist hier dunkel, Alter. Gefährlich. Darf nicht so weit weg. Aber ich glaube, die verschwinden auch in der Nacht. Das heißt, ich kann das Ding dann wieder... ähm... fällen. Oh, scheiße. Oh, nee. Warte mal. Das geht mir alles viel zu schnell hier. Hm. Machen wir das hier und wir nehmen mal die Dinger hier. So. Oh, jetzt haben wir es voll, ey. Das müsste reichen jetzt erst mal. Ah, Mann. Hund, 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 Hund. Komm. Jetzt hauen sie alle ab. Sehr gut. Ja, warum ich bin, habe ich auch immer so mit der Wettbewerbe gemacht. Ah. 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 Oh. Ah. Freund. Oder? Ja, Freund. Soll der sich dann um die Bienen kümmern hier? Oh, oh. Was ist das? Ah. 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 also wir spielen da in dem baum drinnen man müsste hier auch was fahren können also selbst anbauen können ja komm schon wieder alles weg drei ächse schon anwenden oh oh das bin ich mir auch Ah, hier. Okay. Alter. Ich bin ein Schiff. Beleid, aber ich hau ab. Die Fee hat mir diesmal nicht geholfen. Warum auch immer. Oh, das ist ein Portal, Alter. Oh, scheiße. Nee, verpisst euch, Alter. Oh, Junge. Schnell, schnell, schnell weg hier. Hier ist ein Freund. Ich gehe mal zu dem da oben. Vielleicht hilft ihr mir. Ja, hilft mir. Sehr gut. Okay. Na ja, hier gibt es viele Heilungsdinger hier. Na ja, bis jetzt hat sich die Reise gelohnt. Müsste da sehr viel Material haben. So, kommt der jetzt mit mir oder wie sieht's aus? Ich glaube, die hier stehen. Oh, die bleibt stehen, okay. Gut, dass es hier Nachtzimmerbegleiter gibt, ne? Also, bin ich optimal. Ich kann jetzt mal hierhin gehen, da oben. Mal schauen. Da war ich nämlich auch noch nicht da oben. Zuckerrohr. Boah, die Axt auch wieder gleich weg. Oh, scheiße, ey. Tja, da ist nicht großartig viel. Das war's, aber hier ist ein Bienenbaum. Vielleicht kann die mir helfen, dass die Bienen da wieder verschwinden. Dann kann ich nämlich nochmal den Honig hier nehmen. Hilft die mir? Ja, die hilft mir. Schein. Oh, oh. Okay. Die verliert also auch sehr viel Energie. Sehr viel Honig, Alter. Sehr viel Honig. Mit den Fäusten geht's dir mit Honig raus. Der ist jetzt nicht gedacht, hier. Geh mal hierhin zu den Mobs hier. Oh, sie ist tot. Okay. So, zeig mir her. Spitzhack hab ich noch, Alter. Nicht gut. So, nochmal zwei Äxte. Gut. Ah, ne, bitte kein Wehrwolf. Und tschüss. Mehr Wölfe. Kein Bock. Zu gefährlich. Zu gefährlich. So. Oh, das ist eine Spinne. Und da auch. Äh. Ja, schön. Ah. Ah, das sieht gut aus hier. Also meine... Ich scheine hier schon viel Nahrung zu haben, die mir hilft. So, okay, jetzt kommt hier wieder Neuland. Aha. Toplins. Hier brauche ich Schlüssel, Alter. Keine Ahnung. Oh, Alter. Okay. Riesenspin. Alter Schwede, guck dir das mal an. Boah, brutal, Alter. Nee, das ist mal zu hektisch. Was, Alter. Den kompletten Baum ein. Mit irgendein Spinne-Star. So, du machst. Alter. Ich muss hier wieder rauslegen. Ich komm. Ich bin nach Hause. Boah, ich hau jetzt hier schnell ab. Äh. Oh, da liegt Schleim. Aber, unverfährlich. Oh, da ist gleich tot. Ich hab keine Ahnung, wie viel da rauskommen soll. Aus dem Track hier. Ich sitze hier in der Falle, ey. Ich denke mal, das ist gar nicht so schlecht, jetzt erstmal ein bisschen was zu farben. Und dann, äh, anfangen, was aufzubauen. Weil, wie gesagt, ich brauch hier bessere Waffen, Alter. Bessere Rüstung. Kann ich das hier vergessen, ey. Äh. Ja, Wien scheint eigentlich friedlich zu sein. Außer, man greift sie halt an, ja. Okay, das war's schon wieder. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viel Äpfel ich jetzt mittlerweile schon hab. Und wie von diesen Heilpflanzen da. Ja, 17 Stück da schon. Krass. Ja, das ist viel. Mein Hund ist leider außer Gefecht. Oh, der hat schon fast hier das Ding voll bei. Also, dass er herkommt zu mir. Dass er endlich auch mich hört. Der erste Befehl, den er lernen kann. Auch gut für mich, weil dann läuft ja nicht jedem Monster hinterher. Äh. Vielleicht gibt's da auch Rezepte neu. Oh, der kommt wieder, ha? Ja. Äh, Rezepte mit Honig und so. Müssen wir mal gucken. So, mein Haus müsste hier irgendwo sein. Oh, wird schon wieder dunkel, Alter. Okay. Der ist gar nicht mitgelaufen, der, 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 der Knaller hier. Und ich hab vergessen zu schauen, ob mein Bekleider hier irgendwelche Waffen mitnehmen kann. So. Zeig mal her, kann ich hier irgendwas reparieren? Geht das überhaupt? Nee. Warte, was ist das hier? Hä? Ach so, ich hab noch eine, äh, noch eine Trunk. Hm. Okay. Komm, die machen wir dann nochmal. Ach, man kann das nehmen. Äh, ich Idiot, Alter. Ich kann das nehmen und kann das so, äh. Oh, Junge. Warum nicht gleich so? Ich kann dir die Sachen aufpicken. Äh, okay. So, tun wir das jetzt mal hier. Alles hier rein. Äh, gucken. Spezielle Sachen dabei? Eigentlich nicht. Skin? Hm, was ist das hier? Strong patch of black leather. Cool. Was hat da gestanden? Torch? Nee, the touch. Hm. Äh, war es das schon? Habe ich nicht mehr? Wirklich jetzt? Okay. Ja. Gut. Papier machen wir hier rein. Federn machen wir hier rein. Ich dachte, ich hätte das schon mal gehabt. Federn und Papier. So, diese Kindlings. Einen Haufen Holz haben wir noch hier. Von denen haben wir auch noch was doppelt gemoppelt. Scrap Metal lassen wir mal. Brauche ich vielleicht noch. Hier haben wir auch noch ein paar, aber... Genau, haben wir so. So, okay. Gut. Dann schaue ich mal. Warte mal, ich gehe jetzt mal in die Werkbank. Dann zeig mal her. Was kann man hier machen? Nein, scheiße. Äh. Ah, Repair. Hier geht auch Repair. Bei dem geht es auch, oder was? Ja. Oh, das hört sich aber nicht toll an. Das hört sich bedrohlich an. Klamottenmäßig kann ich hier gar nichts herstellen. Nicht mal ein Schild. Ähm. Ah, Stone Pants könnte ich herstellen, aber... Ja, ich weiß nicht. Das sind nur... Oh, Stone Helmet. Okay. Stone Wedge. Bräuchte ich da. Gibt's denn da noch? Oak Helmet. Aha. Haben wir aber schon. Holzrüstung haben wir schon. Wie sieht's aus mit Waffen? Äh. Kann man hier noch was herstellen? Nee, da fehlt immer etwas dabei. Boah, krass. Was ich hier alles brauche. Honigbomben. Honiggranaten. Alter, geil. Oh, Stonesword könnte ich machen, Alter. Ey, komm. Ich mach' einen Stone Sword. Perfekt, Alter. So. Mehr kann ich leider nicht machen, also... Ich geh' mal zum Essen hier. Kann ich hier noch was herstellen? Ah. Empty Barbel. Hab' ich doch in der Kiste. Warte mal. Hab' ich doch 15 Stück hier. So. Zeig' mal her, was kann man da mitmachen? Honig oder was im Glas? Ja. Ja. Okay. Äh. So. Ansonsten. Machen wir das so. Als Nahrung. Und. Oh ja, ich muss hier noch, äh... Sachen in die Kiste packen dann. So, was haben wir noch hier? Brot. Ja. Ah. Von den Dingen kann ich auch noch ein paar machen. Wird auch gemacht. Ähm. Wie kann ich hier Mehl herstellen, Leute? Keine Ahnung. Wie kann man hier Mehl herstellen? Wahrscheinlich am, wie gesagt, am Ofen. Wie kann man den Ofen jetzt nochmal herstellen? Hier. Cravel und Stoneslap. Äh. Nahr' mal. Stoneslap. Hier. Kann ich schon wieder nur einen herstellen? Verdammt. Blöd. Ich brauche nur zwei Stoneslaps hier. Brauche ich noch normale Steine. Okay, dann müsste ich nochmal Steine abbauen. Ansonsten. Ich kann hier nur nicht viel machen, Leute. Tut mir leid. So, ich gehe es mal... Oh, hier unten war man noch nicht. Im, äh... Südosten. Brauche ich aber noch irgendwie einen... Kumpane, der mir hilft. So, warte mal. Ich mache mal jetzt hier... Secondary. Hier. Genau das. Ich will jetzt unbedingt noch den Ofen fertig machen. Bevor ich jetzt beende. Und gucke, dass ich nicht wieder eine Stunde spiele wie gestern. Ah, da ist ein Zombie mit einer Schrotflinte. Sehr gut. Dann kann ich Neuland erkunden mit dem Typ. Die Typen sind am geilsten hier, Alter. Die machen alles blatt. Geil, 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 geil. So, weiter geht's. Komm. Komm mal schön mit hier. Wo läuft denn der jetzt schon wieder hin? Aha. Vogelblatt. Der arme Vogel. Der arme Vogel. So, wo ist der jetzt hingelaufen? Oh, Zombie. Einfach abgehauen, Alter. Schade, schade, schade. Hätte ich jetzt gebraucht. Ja, weg ist er. So, hier will wieder Neuland. Jetzt mal die Felsen noch wegmachen. Ich brauche unbedingt ein bisschen Stoepfer da. Eine halbe Stunde spiele ich schon. Da haben wir noch 10 Minuten Zeit. Ich hoffe, dass ich mich dahin dann den Ofen gebaut habe. Dass wir endlich mal vorankommen hier im Spiel. Jetzt fehlt mir natürlich wieder eine Pickaxe. Dank des vielen Honigs ist das hier kein Problem. Mhm. Oh, ein Bauer. Der kann mir auch helfen. Oh, ich bin tot. Heiß. Okay, tot ist er. Oh, ich bin tot. 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 Oh, das Rohr ist gar nicht so schlecht. Oh, ich bin tot. Oh, das ist scheiß Vieh, Alter. Oh, meine Fresse, ey. Okay. Was? Hat mich das denn getötet? Gut. Gut. Wo ist der jetzt schon wieder? Hallo? Hä? Abgehauen? Alter, was ist das hier? Ich habe hier... Farming, ja, so Pitchfork. Krass. Ich habe 1600 Goldstücke. Da, das reicht noch nicht aus, Alter. Aber so ein Pitchfuck wäre geil. Könnte ich schön drauf einstechen. So. Ich denke mal, ich gehe wieder zurück jetzt, Leute. Ich hoffe, dass ich natürlich genug Zeugs für die für den Ofen habe. Bin ich mal gespannt. Schade, dass es nicht als Multiplayer zu spielen ist. Das wäre bestimmt lustig, mit Leuten zu spielen, ey. Schade, schade. Äh. Hier ist auch noch was, alter. Genau, die Dinger brauche ich. Die hier so runden, komischen Felsen da, die brauche ich. Und wird schon wieder Nacht, alter. Gibt es doch nicht eigentlich schon die dritte oder vierte Nacht, die wir hier spielen. So. Gut. Ich mache so lange, bis das Ding kaputt ist. Ah, guck mal an. Der Freund. Der alte Kollege ist da. Den könnte ich eigentlich mitnehmen. Könnte ich nochmal runter ins Süden gehen. Aber dann wird das Spiel so lange dauern. Komm, ich nehme die nochmal mit runter, Leute. Dann probiere ich mal, was wir da finden, da unten. Habe ich noch eigentlich noch eine Pickaxe? Äh, nein. Natürlich nicht. Alter, scheiße. Kann auch keine machen. Weil ich, äh, Zeugs brauche. Ja, schön. So, jetzt. Klopp. Zwei Stück und jetzt nochmal zwei. Oh. Scheiße, wegen der Schnur. Mit Pickaxe. Äh. Warte. Ja, komm. So, komm mit. Es geht runter. Noch eine, Alter. Geil. Wenn ich die zwei mitnehme, Alter. Yeah, Baby. Jetzt können wir mal runter zu dem Monster gehen. Oder zu denen. Geil, Alter. Geil, Alter. Das machen sie Blatt, Alter. So. Das wollen sie. So, weiter geht's. Das sind mal Helfer, hä? So. Ja, komm. Nicht, äh, verschwenden. Ah. Jetzt geht's ab. Jetzt ist es richtig dunkel. Ich glaube, ich geh wieder da hin, wo ich letztens war, dass es so abgeht. Für den ganzen Monster. Ja. Bleib aber hier. Alter. 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 Oh Alter was ist das denn? Oh oh krass oh, die grundsätzlichen Typen, was ist denn die? oh, aber nicht noch einer, Alter ich bleib lieber bei dir, Alter einschlagen, der war weg, Alter ich muss abhauen, also.. ich bin zu gefährlich ich weiß nicht noch, was das für Typen sind oh, scheiße, Alter verpiss dich alter, zieh ich ab alles sehr schnell immer noch hinter mir her verpiss dich so, jetzt kann er kommen man kann doch nicht schazieren ein Schlag, Alter nicht normal und der Typ, macht der auch was? ne, der haut nur ab sauf oh, ich schaff's vielleicht, den zu besiegen sieht so aus, Alter ich will den nicht schaffen, Alter Alter, ich hab's geschafft, Alter 50 Gold 50 Gold also nicht unbesiegbar, die Viecher gut zu messen, Alter so, wo ist mein, wo ist mein Hund eigentlich nochmal geredet so, wie ist mein Hund als dieser repliefe ein Helfer wär' nicht schlecht ich habe keine chance oder doch alter ich bin gleich tot so meine ganzen heilpflanzen sind weg ich habe alle gefressen es waren ganz schön viel aber und wir haben 40 minuten 49 gut geben wir mal was war das alle total nutzlos der typ hier ich kann mit dem nichts anfangen so gucken wir mal ich habe hier glaube ich noch sachen die ich hier mal sortieren kann antivenom können wir mal reinschmeißen habe ich sonst noch irgendwas hier naja ich nicht ein haufen steine zum werfen flaschen wieder poor trapped was poor the trapped souls were then over the depleted spellbook aha einen spellbook brauche ich auch noch na toll ähm gut das hier rein aber ich habe noch was gehabt hier eine schweinenase und das hier noch gut rüstungsteile können wir auch wohl es ist das voll ist es dauert so hier dieses dark skin habe ich noch habe ich vergessen dann hatte ich das nicht irgendwo anders eingepackt hä ich dachte ich hätte das schon mal eingepackt gehabt hier komm dann nee war mal skinn kommt äh hierher machen wir das hier rein so ok gut dann gucke ich mal leute wer macht eigentlich hier so geräusche alter so nee was machst du denn ach Junge so wie sieht es aus mit einem stone slab erstmal stone slab so stone slabs hier ist es auch das richtige ja so drei stone slabs ähm hier crable wie kann ich crable herstellen das weiß ich immer noch nicht ich habe keine ahnung wie ich crable herstellen kann da müsste ich echt mal gucken da müsste ich echt mal gucken ah aus dem stone alter achso aus dem stone ok ah geil ich kann das ding endlich herstellen so perfekt alter endlich habe ich das ding äh ne kommen wir mal die seite hier so so wie könnte ich das jetzt hier ne das geht gar nicht alter weed kann ich hier nicht verarbeiten äh so natürlich brauche ich hier kohle ist ja klar kohl und schon brennt das äh leckere fleisch jetzt mal hier alles schön hier zubereiten kann ich auch die vögel her äh hier braten ne das geht natürlich nicht ok ok ähm ja ich vermute mal ich kann genau so so einfach wie ein maschinengewehr alter so jetzt habe ich mehl leute essen habe ich ja mittlerweile genug äh so und gucken wir nochmal so nahrung mhm 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 brot wie ich hier den teig herstellen kann weiß ich nicht ich vermute mal man muss was kombinieren Also wahrscheinlich Mehl und Milch oder so. Nehme ich mal an. Oder Eier und Mehl oder so. Keine Ahnung. Nee, geht nicht. Irgendwie muss es herzustellen sein. So. So, was geht noch hier? Ah, hier steht es ja. Raw Dough. Mehl, Eier. Ah, Broken Eggs. Okay, Broken Eggs. Ich habe doch Eier. Wie kann ich mal Broken hier? So, zwei Eier. Just for fun. Mal gucken, was passiert. Und dann haben wir hier schon mal was. Das Ding kann man jetzt zum Beispiel im Backofen backen. Knusprig backen. So, dann haben wir unser erstes Brot gebacken. Das hat sich gelohnt, Leute. Ich habe wieder ein bisschen was gelernt. Ich habe jetzt hier einen schönen Backofen. Lecker Brot. Alles hier. Fleisch, Früchte. Kaffeebohnen, Alter. Wie kann ich Kaffeebohnen? Warte mal, kann ich die so? Kann ich die so irgendwie verarbeiten? Ey, geil. Mein Kaffee. Den muss ich jetzt irgendwie aufbrühen können. Oder muss ich die erste rösten? Gucken wir mal. Ne, rösten geht nicht. Okay. Aber hier gibt es bestimmt ein Rezept für Kaffee. Kaffee. Bottle haben wir. Zucker haben wir auch. Wir haben, wir haben die Dinger hier. Die Sugar Canes. Und wir haben Zucker. So, was habe ich noch gebraucht? Das hier, das hier und die leeren Flaschen. Die leeren Flaschen sind hier. Nehmen wir gleich mal mit. Oder die Hälfte. So. Dann machen wir uns mal heißen Kaffee noch. Oh, Ground Coffee jetzt. Hä? Ground Coffee? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Wieso Ground Coffee? Ich habe doch Kaffee. Coffee Beans. Ach so, die müssen wir nochmal. Ah, nochmal klein hacken. Okay. So. Jetzt kann ich aber meinen Kaffee herstellen. Was macht der eigentlich, der Kaffee? A rich brew that cures, stunned and frozen. Tasted. Ah, okay. Wenn ich friere und so Krams. Aber das passiert ja nicht. Taste is great to restore one heart and one hunger. Machen wir mal einen. Einen Kaffee. Von Starbucks. So, Leute. Gut, dann will ich mich verabschieden. Im nächsten Teil gucke ich dann, dass ich neue Waffen herstelle. Ich habe ja genug Metall und so. Hier. Einen Haufen Scrap Metal und so. Aber wie man das jetzt hier verarbeitet. Wahrscheinlich im Ofen oder so. Ich habe keine Ahnung. Scrap Stone. Silver Coins. Nee, ich habe hier kein Iron Ore. Ah, Iron Ore. Dann hätten wir hier einen Haufen Scrap Metal. Wie gesagt. Ah, guck mal. Ich gucke jetzt nochmal schnell im Ofen. Jetzt, wo ich dabei bin. Kann man nicht verarbeiten. Combine with some metal items to repair items. Ja, keine Ahnung. Ach so. Oh. Nicht, dass ich jetzt was falsch gemacht habe. Egal, Leute. Wir sehen uns zum nächsten Teil. Ich verabschiede mich. Bis dann. Wauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauw